Hier sind wir in München und die Wix. Wir sind hier beim Schrottberg, wo das Allianz Arena ist. Und da ist heute eine Veranstaltung für Kripp und Spurnsäure. Das ist auch wieder mit dabei. Mal schauen, wie das wird. Jetzt fahren wir mal hinter. Schauen wir mal, was das wird. Jetzt fahren wir über die Isar. Schauen wir mal. Hier geht es Richtung München. Hier ist jetzt das Autobahn-Drehkreuz nach Berlin und nach Stuttgart. Augsburg. Was hältst du von den deutschen Autobahnen? Die sind teilweise ganz okay, aber der Mann wird verstopft, oder? Eine bisschen bessere Führung wäre noch ideal. Wie fährt man jetzt zum Allianz Arena? Gibt es da irgendwie Auswahl? Das ist hier das Allianz Arena. Jetzt müssen wir doppelt, wenn wir alles dann erstmal rücken. Da haben schon ganz große Spiele stattgefahren. Da soll ja auch jetzt während des Champions im Endspiel stattfinden. Das ist jetzt rechts nochmal. Das ist hier noch eins. Das ist hier noch ein paar Stunden. Das ist hier noch ein paar Stunden. Ja. Wieder ein schönes Balkenmeer. Werner Eisenberg. Hier ist BMW. Das ist Deutsches Theater. Das ist jetzt wieder die Arena. Ja. Da haben sie schon eine richtige Beton-Kolomie hingestellt. Mit riesen Parkplätzen. Ja. Gesperrt, gesperrt. Rechts ist die Suche. Hier sind die Parkplätze natürlich auch sehr viele. Das hat sich jetzt schon angehalten, dass die Kunststofffülle außen ganz kurz sich macht. Was ist das? Was ist das? Jetzt machen wir den Regen. Scheiße, jetzt sind wir verkehrt. Ich glaube gar nicht. Ja. Gar nicht. Das ist hier über den Scheißzeug. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020